Bäm! Yo, hallo Freunde! Ich habe gerade was übergeiles gefunden, das muss ich euch einfach mal zeigen. Ihr wisst ja, in Berlin bauen wir gerade so einen Berliner Flughafen in Verbindung mit Brandenburg, der absolut scheiße läuft. Da waren irgendwie eine Milliarde Euro wurden geplant und jetzt sind wir schon bei 5 Milliarden Euro. Berlin verschuldet sich immer mehr, hat gar kein Geld. Der Flughafen wird anscheinend immer schlechter. Die ganze Elektronik da funktioniert nicht und jetzt bauen sie noch mehr Terminals und müssen das wieder abreißen und so weiter. Totale Katastrophe. Diese Katastrophe ist mittlerweile so groß geworden, dass sogar Donald Duck, also Entenhausen, darüber lacht. Schaut euch das an. Das hat nämlich jemand in einem Buch von Donald Duck gefunden. Da steht, letzter Aufruf für Flugnummer bla bla bla. Der meint uns, hach Kinder, ich bin ja so aufgeregt. Und dann, bald erreicht man Berlin, dessen Flughäfen ja berühmt sind für ihren termingerechten Service. Die verarschen uns! Die verarschen uns! Sogar in Entenhausen! Ich sage euch, das ist eine totale Katastrophe. Vielleicht kennt ihr das Problem mit diesem scheiß Flughafen, wo wir immer mehr Geld ausgeben und einfach nur Scheiße passiert. Ich meine, die Frage ist doch, wenn ich einen Vertrag mit einer Baufirma habe, so und so viel Geld für so und so viel Leistung. Warum wird das nicht erbracht und wir müssen immer mehr Geld bezahlen? Ein schlimmes Problem. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns morgen beim nächsten Vlog. Gucken, was ich dann für euch habe. Bis zum nächsten Mal.